Rositz ist eine Gemeinde im thüringischen Landkreis Altenbürgerland. Der Ort wurde im Laufe seiner Geschichte vor allem durch den Braunkohlenbergbau geprägt. Daran erinnert heute noch der Tersee sowie der Wasserturm, der 1917 von der Deutschen Erdölaktiengesellschaft DEA gebaut wurde. Und auch das Rositzer Wappen, in dem ein Bergmann abgebildet ist, Geografie. Rositz liegt fünf Kilometer nordwestlich von Altenburg in Thüringen in der Leipziger Tieflandsbucht. Es ist Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Rositz. Angrenzende Gemeinden sind Moisewitz, die Stadt Altenburg, Lütla, Monstab und Kribitsch. Gemeindegliederung Der Hauptort Rositz verschmolz mit den am 1. April 1923 eingemeindeten Orten Fichten, Heinichen und Gorma sowie Schelditz, welches am 1. Juli 1950 angegliedert wurde. Schelditz wurde 1923 auch eingegliedert, jedoch aus Bürgerprotesten am 1. August 1924 wieder selbstständig. Einziger Ortsteil heute ist das am 1. Januar 1973 eingemeindete Moibitz. Das aus den ebenfalls verschmolzenen und 1950 zusammengelegten Ortslagen ober- und untermolbitz besteht Geschichte. Rositz wurde erstmals 1181 urkundlich erwähnt. Das Dorf wurde als Rundling angelegt. Der Ortsname um 1200 Rositz um 1215 Rodjesitsch ist möglicherweise sorbischen Ursprungs. Im 13. und 14. Jahrhundert hatten die Burggrafen von Altenburg Besitz im Ort. Später gehörte Rositz zum Wettinischen Amt Altenburg, welches ab dem 16. Jahrhundert aufgrund mehrerer Teilungen im Lauf seines Bestehens unter der Hoheit folgender ernestinischer Herzogtümer stand. Herzogtum Sachsen, Herzogtum Sachsen-Weimar, Herzogtum Sachsen-Altenburg, Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg. Bei der Neuordnung der ernestinischen Herzogtümer im Jahr 1826 kam der Ort wiederum zum Herzogtum Sachsen-Altenburg. Nach der Verwaltungsreform im Herzogtum gehörte Rositz bezüglich der Verwaltung zum Ostkreis bzw. zum Landratsamt Altenburg. Durch Braunkohlenförderung, deren Vorkommen erstmals 1672 in Fichtenhainichen erwähnt wird. Und die damit verbundenen Industriansiedlungen entwickelte sich Rositz im Verlauf des 19. Jahrhunderts von einem bäuerlich geprägten Dorf zu einer industriellen Großsiedlung. Rositz ist neben Moisewitz ein Namensgeber des Moisewitz-Rositzer Braunkohler-Reviers. 1872 eröffnete die erste Thüringer Brikettfabrik sowie die Zuckerfabrik Rositz, die die erste elektrische Betriebsbeleuchtung Deutschlands besaß. Weitere Veredlungsanlagen in Rositz waren eine Schwälerei und das Teerverarbeitungswerk. Letzteres gehörte der Deutschen Erdöl AG, mit der sich im Jahr 1917 der erste karbuchemische Betrieb der Großindustrie im Gebiet am Standort Rositz niederließ. Um Rositz existierten mehrere Tiefbaugruben und mehrere kleinere Tagebaue. Erster Bürgerentscheid Rositz gehörte ab 1918 zum Freistaat Sachsen-Altenburg, der 1920 im Land Thüringen aufging. In Rositz selbst, in der seiner Zeit noch selbstständigen Gemeinde Gorma sowie in Pöpschen, kam es Anfang 1919 zum ersten bekannten Anwendungsfall unmittelbarer Gemeindedemokratie. Dabei setzten in Rositz 505 der 988 Wahlberechtigten durch, dass die Zahl der Gemeinderatsmitglieder zu den Wahlen am 2. März 1919 von 9 auf 12 erhöht wurde. Denselben Gegenstand hatte das Verfahren in Gorma, wobei dort die Zahl der Unterstützer unbekannt ist. Seit 1922 gehörte Rositz zum Landkreis Altenburg. Das Freibad, das auf Schelditzer Flur steht, aber von der Gemeinde Rositz gebaut wurde, stammt aus dem Jahr 1934. Zweiter Weltkrieg Während des Zweiten Weltkrieges wurden in und um Rositz acht Lager für Zwangsarbeiter eingerichtet, in denen mehr als tausend Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter arbeiten mussten. Für die Deutsche Erdöl AG, für die Rositzer Zuckerraffinerie bei der Firma K. Eisenried, für die Rositzer Kohlenwerke und für die Firma Kört Plüsch. Rositz ist wohl der Ort im Alten Bürgerland, der im Zweiten Weltkrieg am meisten zerstört wurde. Am 16. August 1944 wurde die Deutsche Erdöl-Aktien-Gesellschaft so stark getroffen, dass über Tage hinweg eine Rauchwolke in mehreren Kilometern Höhe zu sehen war. Ungefähr 70 Prozent des Werkes waren zerstört. Ein weiterer Bombenangriff auf das Werk erfolgte am 14. Februar 1945. Insgesamt starben bei beiden Angriffen 49 Menschen. Zeit der DDR. Auch aus der Gemeinde Rositz wurden Reparationszahlungen an die Sowjetunion geleistet. So wurde das zweite Gleis der Bahnstrecke Salz-Altenburg sowie die Brikettfabrik Altenburger Kohlenwerke in Untermolbitz demontiert. Neben dem Braunkohlenbergbau war auch die Landwirtschaft ein großer Arbeitgeber im Ort. Die LPG Deutsch-Sowjetische Freundschaft bewirtschaftete mit 187 Mitarbeitern mehr als 1.000 Hektar Land. Im Jahr 1952 wurde das Kulturhaus Völkerfreundschaft, die heutige Gemeindeverwaltung, erbaut. Im gleichen Jahr kam Rositz an den Kreis Altenburg im Bezirk Leipzig. Am 22. Mai 1962 kam es im Ter-Verarbeitungswerk zu einer Explosion, bei der acht Menschen ums Leben kamen. Am 15. Januar 1977 wurde der Rositzer Schule der Name Karl Liebknecht verliehen. Im Jahr 1981 wurde das 1911 eröffnete Kino Glück aufgeschlossen. In den 1980er Jahren war die Wiederaufnahme des Braunkohleabbaus im Moisewitz-Rositzer Braunkohlerrevier geplant, welche aber nicht zur Ausführung kam. Dem geplanten Tagebau Moisewitz zwischen Moisewitz und Rositz hätte ein Großteil des Gemeindegebiets von Rositz einschließlich seiner Ortsteile weichen müssen. 1990 kam Rositz mit dem Kreis Altenburg wieder zu Thüringen. Seit 1994 liegt der Ort im Landkreis Altenbürgerland. Einwohnerentwicklung Entwicklung der Einwohnerzahl Datenquelle ab 1994 Thüringer Landesamt für Statistik Politik Der Gemeinderat Rositz besteht aus seit 2014 nicht mehr aus 16 Frauen und Männern, sondern lediglich aus 14 sowie dem Bürgermeister. Dieses Amt hat seit 2006 der parteilose Steffen Stange inne, der bei der Kommunalwahl 2012 mit 99,9% der gültigen Stimmen wiedergewählt wurde. Lediglich eine Person schrieb einen eigenen Kandidaten auf den Wahlzettel. Der Gemeinderat setzt sich wie folgt zusammen, CDU, 6 Sitze, Linke, 3 Sitze, Feuerwehr für Rositz, 3 Sitze, Sozialdemokratische Wählervereinigung Rositz, 2 Sitze, Kultur und Sehenswürdigkeiten. Die Evangelische Dorfkirche ist wegen ihres markanten Kirchturmes das deutlich sichtbarste Gebäude des Ortes. Sie stammt aus dem Jahr 1516 und ist im spätgotischen Stil gehalten. Sie wurde 1877, 1964 und 1994 restauriert. Etwas außerhalb des Ortszentrums befindet sich die katholische Pfarrkirche Mutter Gottes vom Berge Kamel. Die Kirche wurde 1901 aus Backstein errichtet, nachdem immer mehr Arbeiter aus Polen und Bayern in die Gemeinde gekommen waren. Das Gebäude ist im neogotischen Stil weniger imposant errichtet, so wurde auf einen prägenden Kirchturm verzichtet. Das Wahrzeichen des Ortes ist der 41,5 Meter hohe Wasserturm aus dem Jahr 1917. Er diente zur Versorgung des Tierverarbeitungswerkes. Ebenfalls zum ehemaligen Tierverarbeitungswerk gehört das frühere Kulturhaus, die heutige Gemeindeverwaltung. Am bemerkenswertesten ist der 38 Meter breite Kopfbau mit flachem Wallendach und fünfachsigem Eingangsportal. Daran schließt sich ein Saalflügel mit Bühnenhaus an. In der Heimatstube hat der Heimatverein sein Domizil und ist eine Ausstellung zur Geschichte des Ortes sowie ein Saal mit historischer Kinotechnik untergebracht. Das Fachwerkhaus wurde 1997 von der Gemeinde saniert. Das eigentlich Rositzer Heimatmuseum ist die Heimatscheune, ein Seitengebäude eines Vierseithofes. Es wurde in den Jahren 2005 und 2006 saniert. Der sogenannte Bernsteinhof, ein denkmalgeschützter Altenbürger Vierseithof, wird unter anderem für Veranstaltungen der Gemeinde genutzt. Das 1704 errichtete Wohnhaus besitzt noch eine Bohlenstube. Im historischen Industriegebiet Zecha-Ost existiert die Rositzer Zuckerfabrik, die 1871 errichtet wurde und die erste Fabrik in Deutschland mit einem elektrischen Stromanschluss war. Außerdem besteht noch das Turbinenhaus mit komplettem Inventar. Große Veranstaltungen in dem Ort sind beispielsweise die viertägige Rositzer Kirmes oder die Rositzer Sporttage. In der Gemeinde gibt es weiterhin ein Freibad, eine Kegelbahn, drei Sportplätze, zwei Turnhallen, einen Jugendclub, eine Bibliothek und eine Frauenbegegnungsstätte, Wirtschaft und Infrastruktur. Verkehr Rositz liegt an der B180 von Altenburg nach Salz. Nahezu parallel verläuft die Bahnstrecke Salz-Altenburg, auf der allerdings der Reisezugverkehr im Dezember 2002 eingestellt wurde. Ansässige Unternehmen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann man im Raum Rositz mit dem Abbau von Braunkohle. Die Entwicklung beschleunigte sich so stark, dass 1865 schon elf Gruben förderten. 1873 im heutigen Ortsteil Gormer die erste Brikettpresse aufgestellt wurde und um die Wende zum 20. Jahrhundert bereits große Teile der Rositzer Flur erschöpft waren. Die letzte Schachtanlage schloss jedoch erst 1952. Bedingt durch die nach Autarkie verlangende Kriegswirtschaft im Ersten Weltkrieg nahm die Deutsche Erdölaktiengesellschaft 1917 in Rositz ein. Braunkohle-Werredlungswerk zur Herstellung von Dieselöl in Betrieb. Das Werk, das als VEB-Ther-Verarbeitungswerk Böhlen betrieb, Steil Rositz um 1975 über 1600 Arbeiter beschäftigte. Verarbeitete bis 1990 hauptsächlich Braunkohlen schwelte er zu Elektroden, Cux und Heizöl und Diesel. In einem Teil der Rositzer Zuckerfabrik, die Betrieb steil des VEB-Zuckerkombinatesseits wurde, entstand 1965 ein Teil des VEB-Hartpapierwerkes Coitz, die heutige Thüringer Fiebertrommel GmbH. Weiterhin war der VEB-E-Energieversorgung Leipzig-Altenburger Landkraftwerke hier angesiedelt. Aus der Priket-Fabrik der Grube 113 wurde der VEB-Braunkohlenwerk Rositz, der 1968 zum VEB-Braunkohlenkombinat Regisbetrieb Steil Rositz wurde. Heute sind in Rositz nur noch kleine und mittelständische Unternehmen angesiedelt. Wie die Thüringer Fiebertrommel GmbH und der Fenster- und Türenhersteller Pax, beide in der ehemaligen Zuckerfabrik Umwelt. Nach der politischen Wende begann man, die mit verschiedenen organischen Stoffen verseuchten Böden des Geländes der Thürfabrik zu sanieren. Die größte Altlass, der Thürsee, wurde seit 1998 Schritt für Schritt saniert. Da wegen umweltschädigender Einflüsse besonders sorgsam gearbeitet werden musste, zog sich die Sanierung lange hin. Im Jahr 2008 konnte dann mit der Verfüllung des Restloches begonnen werden. Daran schloss sich die Renaturierung an, mit anschließender Umfriedung der Fläche. Im Jahr 2012 wurden die Arbeiten beendet. Erst 2014 wurde mit Planungsarbeiten zur Eindämmung der seit Jahren bekannten Grundwasserkontamination im Ortsteil Schelditz begonnen. Die zur Belastung der Raumluft in vielen Häusern führt Sport. In Rositz haben sich einige Vereine auf regionaler Ebene und teilweise darüber hinaus einen guten Namen gemacht. Größter Verein ist der SV Rositz, der neben Fußball auch Judo, Kegeln, Kunstradfahren, Leichtathletik und Volleyball anbietet. Im Fußball spielt der SV Rositz seit 2008 in der Kreisoberliga, ehemals Bezirksklasse. Auch im Kegeln ist Rositz aktiv in verschiedenen Ligen vertreten. Eine moderne Vierbahnenanlage sorgt für ein entsprechendes sportliches Umfeld. In den letzten Jahren hat sich in Rositz auch die Leichtathletikabteilung etabliert. Dort wird hauptsächlich auf die Nachwuchsförderung gesetzt und dies mit beachtlichen Erfolgen. Was einige Landesmeisterschaften sowie weitere Erfolge beweisen, ähnliches strebt man im Judo an, wo man auf erste kleine Erfolge verweisen kann. Alljährlich bieten die Rositzer Sporttage über drei Tage eine Vielzahl an Sportarten an. Traditionell ist ein Fußballturnier Teil der Veranstaltung. Persönlichkeiten Margot Droger, Schauspielerin Rolf Fritz Schee, Fußballspieler Klaus Ernst, Hochschullehrer und DDR-Diplomatbotschafter in Madagaskar 1969 bis 1971 Edgar Braun, Generalmajor des Ministeriums für Staatssicherheit Roland, Generalmajor der Veranstaltung Reduktionsk için Pr journalists